Deutsch 1. Übungssatz 1 für Integrationskurse. Hören. Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Entschuldigung, gibt es hier eine Bäckerei? Ja, Moment. Ja, geradeaus. Sehen Sie dort hinten rechts an der Schule. Ah, ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Vielen Dank. Bitte sehr. Ja, 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 jetzt sehe ich es auch. Vielen Dank. Bitte sehr. Nummer 1. Guten Tag. Was kostet dieser Brief nach Moskau? Einen Moment. 19 Gramm. Ja, das macht 56 Cent. Vielen Dank. Bitte sehr. Wiedersehen. Servus. Guten Tag. Was kostet dieser Brief nach Moskau? Einen Moment. 19 Gramm. Ja, das macht 56 Cent. Vielen Dank. Bitte sehr. Wiedersehen. Servus. Nummer 2. Entschuldigung, wann geht denn der nächste Zug nach Wuppertal? Um 10 Uhr 18. Ist das ein Intercity? Nein, ein Regionalexpress. Danke. Entschuldigung, wann geht denn der nächste Zug nach Wuppertal? Um 10 Uhr 18. Ist das ein Intercity? Nein, ein Regionalexpress. Danke. Nummer 3. Tag, Dieter. Wie geht's? Hallo, Hannah. Danke, mir geht's sehr gut. Ich hab ne neue Arbeit. Tatsächlich? Wo arbeitest du denn jetzt? Bei der Bahn. Tag, Dieter. Wie geht's? Hallo, Hannah. Danke, mir geht's sehr gut. Ich hab ne neue Arbeit. Tatsächlich? Wo arbeitest du denn jetzt? Bei der Bahn. Nummer 4. Na, Anna, du kommst aber spät aus der Schule heute. Och, wir haben doch montags immer noch Kochen. Ach, das finde ich gut, dass sie das in der Schule lernt. Finde ich nicht. Da ist der Schultag so lang. Na, Anna, du kommst aber spät aus der Schule heute. Och, wir haben doch montags immer noch Kochen. Ach, das finde ich gut, dass sie das in der Schule lernt. Finde ich nicht. Da ist der Schultag so lang. Nummer 5. Du, wo sind denn die Kinder? Na, oben in ihrem Zimmer. Und was machen die? Ja, und was machen die? Ja, und was machen die? Ja, und was machen die? Spielen? Morgen gibt es einen Test in Englisch. Du, wo sind denn die Kinder? Na, oben in ihrem Zimmer. Und was machen die? Spielen? Nein, sie lernen. Was? Ja, die lernen. Morgen gibt es einen Test in Englisch. Nummer 6. Wie kommen Sie denn zur Arbeit, Herr Jäger? Mit dem Auto? Mit dem Auto? Nein, ich nehme den Zug. Und wie lang fahren Sie da? Ja, so ungefähr 30 Minuten. In einer halben Stunde bin ich da. Na, das geht ja. Wie kommen Sie denn zur Arbeit, Herr Jäger? Mit dem Auto? Mit dem Auto? Nein, ich nehme den Zug. Und wie lang fahren Sie da? Ja, so ungefähr 30 Minuten. In einer halben Stunde bin ich da. Na, das geht ja. Teil 2 Teil 2 Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel Frau und Herr Zielinski, bitte gehen Sie in Zimmer 476. Wiederhole. Zielinski, bitte in Zimmer 476. Bitte gehen Sie in Zimmer 476. Nummer 7. Verehrte Kunden. Unser Geschäft schließt in wenigen Minuten. Bitte gehen Sie zur Kasse oder zum Ausgang. Vielen Dank für Ihren Besuch. Nummer 8. Achtung, eine Durchsage. Frau Jutta Riedl aus Bochum. Bitte kommen Sie zur Information an Gleis 1. Ihr Mann wartet dort auf Sie. Nächster Halt Hauptbahnhof. Nächster Halt Hauptbahnhof. Achtung, die Straßenbahnhof. Achtung, Fahrgäste, die Straßenbahn endet hier. Bitte alle aussteigen. Nummer 10. Nummer 10. Achtung, eine Durchsage für die Fahrgäste auf Gleis 3. Der EuroCity EC8 Tiziano von Mailand nach Hamburg fährt heute von Gleis 2. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Firma Elektro Meurer. Unser Büro ist zurzeit nicht besetzt. Bitte rufen Sie an unter der Handynummer 0171 443 227. Vielen Dank. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Firma Elektro Meurer. Unser Büro ist zurzeit nicht besetzt. Bitte rufen Sie an unter der Handynummer 0171 443 227. Vielen Dank. Guten Tag. Hier ist das Saturn Hansa Service Center. Für den Fotoservice wählen Sie bitte die 1. Für den Computerservice wählen Sie bitte die 3. Für den Fernsehservice wählen Sie bitte die 4. Für den Fernsehservice wählen Sie bitte die 4. Vielen Dank. Nummer 13. Hallo Sarah. Hier ist Irina. Wir wollten uns doch am Sonntag treffen. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Hast du vielleicht am Donnerstag Zeit? Ruf mich doch mal zurück. Tschüss. Hallo Sarah. Hier ist Irina. Wir wollten uns doch am Sonntag treffen. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Hast du vielleicht am Donnerstag Zeit? Ruf mich doch mal zurück. Tschüss. Nr. 14. Guten Tag Frau Ostmann. Birgit Seifert am Telefon. Können Sie morgen bitte bis 4 Uhr bleiben? Wir haben da einen dringenden Termin. Herr Schmid von der Firma Möller kommt noch vorbei. Guten Tag Frau Ostmann. Birgit Seifert am Telefon. Können Sie morgen bitte bis 4 Uhr bleiben? Wir haben da einen dringenden Termin. Herr Schmid von der Firma Möller kommt noch vorbei. Nr. 15. Guten Tag Herr Abel. Hier ist Markus Weiß von der Kölner Bank. Ihre Checkkarte ist da. Sie können sie bei uns abholen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Guten Tag Herr Abel. Hier ist Markus Weiß von der Kölner Bank. Ihre Checkkarte ist da. Sie können sie bei uns abholen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ende des Tests hören. Haus Weiß von der Kölner Bank. Sondern Mutter Als Stand Abel. Vielen Dank. angesst euch. Liebe Schmid von der Kölner Bank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020